Fotoshooting-Termin beim FC Bayern München und manche Fototermine, die haben es wirklich in sich. Und wo könnte es anderes besser passieren als beim FC Bayern München, beim Trippelsieger? Hier sehen Sie die Szene des Tages. Der Upper Cut von Tom Starke gegen Pep Guardiola, noch einmal herrlich von unten durchgezogen, fast auf die Zwölf von Trainer Pep Guardiola. Kurz war er benommen, blieb dann stehen. Er hat also NEMA-Qualitäten und Pep Guardiola steht dem FC Bayern München weiterhin als Trainer zur Verfügung.